hey leute servus rogue legacy part 3 es geht direkt weiter und weh nehmisch baba baba oder baba anything far away is blurry hat ja axt break stuff to restore mp okay nehmisch ist nämlich ziemlich cool in verbindung mit meinem bloodsword das vampirismus hat so was kann ich mit 270 upgraden bisschen mp upgraden ist doch ganz cool und dann muss ich so langsam auch mal drauf achten meine capacity zu leveln 200 to unlock für fünf mehr magic ist auch nicht schlecht ich gehe rein ich schaue es mir an gut der startraum ist übrigens immer der gleiche falls es euch noch nicht aufgefallen ist ich will den weg nach unten wo bin ich hier gelandet okay ich weiß wie es schafft ne doch nicht what the fuck gleich zu beginn nee das wird nichts mehr ob stirb 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 nein ach so kann es gehen in rogue legacy wenn ihr pech habt mit dem dungeon you can't see in 3d you were born a basketball player ja komm basketball player nehmen wir doch direkt finde ich geil großer held ja es geht los alles klar confirm und ab geht's also die die ersten parts ist wirklich nur leveln ich sehe es kommen ja aber als basketball spieler geboren zu sein und nicht in 3d sehen zu können strength increased plus eins cool ähm ist halt auch scheiße ich meine erst mal ernsthaft die kann doch den scheiß ball gar nicht sehen gut schön geklärt alles klar ich will geradeaus weiter so ein raum hatten wir auch schon okay bis jetzt ist noch alles relativ einfach ich weiß nicht ob es jetzt meiner neuen stärke liegt oder dass ich einfach nur glück hat das ganze kann sich aber innerhalb von sekunden wieder ändern gut gibt mir gold 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 da bin ich nämlich immer noch extrem scharf drauf ist das ein heilbrunnen oder was geil coole sache funktioniert aber anscheinend auch nur einmal gut wir gehen weiter nach rechts zerstören das bild machen den ständer hier kaputt schauen dass wir in keine falle treten und so langsam bekomme ich ein bisschen das feeling dieses plattformer feeling so langsam also jetzt nicht irgendwie ich bin jetzt der beste oder sonst was sondern es klappt schon mal alles ein wenig besser nein also bevor ich nicht schon so gutes dazu und ausrüstung habe dass ich hier den endboss was erledigen kann bekommen lassen wir das auch mal schön sein wir gehen wieder an den start zurück und begeben uns laut map noch eins weiter noch zwei weiter sammeln hier das gold ein und ich will unten links entlang wow okay ich glaube die restore ihre hp wenn man den raum verlässt scheißdreck wirklicher scheißdreck wenn nehmen wir nehmen aber wieder so ein dwarf powerful spellcaster every kill gives you mana gut okay das heißt ich bekomme mit kills bekomme ich mana so haben wir mal hier das geupgradet und ich habe wieder einen kurzsichtigen weil ich wohl nicht aufgepasst habe das wollten wir noch anlocken mit 200 was wir jetzt auch tun werden ich würde nur gern wissen ob die die stud meine stud mit der strength 17 jetzt so geblieben ist nachdem ich sie freigespielt habe oder ob die mit dem gestorbenen hero auch gestorben ist okay das ist ja mal cool so ein schutzschild aus feuer was ich auch cool finde ist dass man so ein bisschen ja am anfang auswahl hat welchen hero nehme ich von den drei gegebenen vier gegebenen je nachdem aber dass man nicht immer sagen kann okay ich spiele jedes mal hier nur den zwerg und jede klasse ändert wirklich den playstyle so ein bisschen das darf doch nicht wahr sein das darf doch nicht wahr sein every hit sends you flying ne wollen wir jetzt echt nicht standard hero ziemlich gut bei allem chickens freak you out okay den nehmen wir wenn ihn Hühnchen zum ausrasten bringen gut und ich habe nicht ich habe es nicht geschafft 200 gold zu holen für die neuen schuhe also es ist unser ziel für diesen run 200 gold zu besorgen und wenn nur noch 10 fällt scheiße 100 habe ich schon mal das war schon mal sehr gut okay weisch aus komm doch her ey june ah das war meins ah fuck hab's geahnt komm her du auge 190 habe ich schon mal ich habe noch 10 du Arsch ich hau ab weil das überlebe ich auf keinen fall 200 habe ich jetzt schon geschafft vielleicht kriegt man noch ein bisschen bonus geld weil ich denke die die schnellste taktik ist sich wirklich ziele zu setzen die man mit gold holen kann das gold so schnell wie möglich zu fahren und sich dann einfach sterben zu lassen ich denke das wäre so die taktik um am schnellsten sein ziel zu erhalten wäre aber relativ langweilig zum zuschauen glaube ich gut okay das schaffe ich nicht getötet von einem knochen sprint runes let you dash mit l2 und r2 coole sache gut okay der held ist mir jetzt gerade mal ein bisschen egal you are fan of the man weil ich gay bin gut alles klar holen wir mal die schicken neuen schuhe damit ich mehr magic habe sehr schön okay cool ich bin soweit schon mal viel besser ausgerüstet wie ich es zu beginn war es ist eine langsam strength 17 bleibt okay es ist eine langsam ansteigende kurve an charakter building und ich denke auch je nachdem wie lange das dauert werden die parts auch länger ausfallen wie 20 minuten oder 15 minuten sonst dauert das ja ewig ne scheiße boah fuck aber nicht schlecht weil jetzt kann ich nämlich nachschauen was so mein nächstes ziel ist da habe ich nämlich jetzt gar nicht drauf geachtet you have random muscle spasm also muskelspasmen sehr cool okay was will ich als nächstes ein bisschen hoch bringen wohl die health 430 gut dann ist unser ziel besteht jetzt aus 430 und gegebenenfalls ein paar blueprints zusammen schau mal doch mal also es empfiehlt sich auch selbst im ersten raum immer alles kurz und klein zu schlagen ach du arschloch weil selbst da selbst da kann zu passieren dass ihr mal ein sack mit 100 gold findet direkt am anfang die verkehrt ist ziemlich stark das sind meine muskelspasmen und der controller vibriert sehr cool also das spiel fängt bei den figuren schon an draußen zu sein also echter hammer sagt 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 ist hier vielleicht wieder so eine versteckte band sieht nicht so aus was ihr halt habt bei rogue legacy ihr könnt nicht mal eine sekunde ruhe haben weil sonst geht ab die strafe ein bisschen konzentrieren nein ja 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 raus hier platforming vom feinsten scheiße und schon abgekackt ich investiere das gold jetzt in ein bisschen herz hat adhs und läuft deshalb schneller sehr cool sehr lustig jetzt gucke ich mal ob ich mittlerweile irgendwas neues zur auswahl hätte ich hätte dieses schwert das weniger damage macht aber mehr health ok sonst habe ich noch nichts worauf ich hin arbeiten könnte außer mehr health und mehr mana schau gerade mal auf die zeit gleich ist vorbei nicht mehr so lange ich denke man nur noch diese runde und dann ist auch mal gut ich habe es jetzt ganz das ganze an einem stück aufgenommen nach einer session mit dem raven king was gedacht hat das spiel ist doch relativ interessant uns auch mal vorzustellen ok und ich denke mal dass die drei parts die ich jetzt gezeigt habe so ein bisschen einleitungsphase waren eine stunde einleitung ich werde auch so deklarieren wahrscheinlich einleitung part 1 einleitung part 2 einleitung part 3 um euch halt zu zeigen wie es ein bisschen vorangeht und ich denke dass ich das ganze privat ohne kamera noch ein bisschen hochlevel und sobald es einen größeren fortschritt gibt wird es einen part 4 geben von rogue legacy ich habe ein neues journal entry gut aber ich muss sagen journal entry ist zwar cool so dass es eine story gibt aber interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich was cool wäre wenn ritter der die karte schon vorher sehen kann irgendwie gibt es vielleicht auch heute wie gesagt in den letzten drei parts wie es schon mehrmals gesagt habe schreibt mir wenn ihr wenn ihr infos habt die mich hier brennend interessieren jetzt habe ich mich schaut was diese dieser dunkle materie ritter hier mit einem machen kann keine ahnung was er bringt blick ich noch nicht so ganz durch neues journal entry geil 450 gold bisschen mp ok dann schauen wir doch mal in eine neue in einen neuen level abschritte maya bei dem er jetzt schon merkt dass ich viel zu schwach bin und direkt innerhalb von kürzester zeit abgefuckt wird und genau das ist der grund ich will euch nicht partweise langweilen indem ich laufend nur sterb ich meine klar ihr werdet mich natürlich noch viel sterben sehen aber ich werde ein bisschen leveln und werde dann mit part 4 zurückkommen für habe ich vorhin shovel night gesagt das ist rogue legacy und ich wünsche euch einen schönen tag danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann bei part 4 wenn ich ein bisschen mehr gelevelt habe bis dann leute ciao oh 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 oh